Mahlzeit Leute, wolltet ihr euch mal gemeinsam mit euch ne kleine Runde drehen, bei dem herrlichen Wetter. Ich hoffe ihr habt Spaß, da wollen wir mal gucken was der Hobel hier kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.